Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um die Grundidee der Demokratie. Man könnte auch bezweifeln, dass es eine solche überhaupt gibt, denn Demokratie hat so viele Bestandteile, Elemente und Auswirkungen gleichzeitig, dass vielleicht die Reduktion auf einen Kern oder eine Wurzel, eine Essenz, ein Wesen, eine Eigentlichkeit sich verbietet. Auch so könnten wir Demokratie denken, dass sie also eher ein Gespinst ist, ein Netzwerk aus Effekten und Zusammenhängen als jetzt eben eine Sache, die sich von einer Wurzel her leitet. In diesem Video will ich es trotzdem mal anders probieren und Demokratie radikal reduzieren auf ein Kernelement. Und dieses Kernelement ist meines Erachtens folgendes, wenn überhaupt diese Redeweise Sinn macht. Es ist aus der Einsicht geboren, dass wir private Machtgleichheit nie erreichen werden, eine sozusagen sich verlegen auf die zweitbeste Fahrt. Und diese zweitbeste Fahrt ist zumindest im politischen Machtgleichheit herzustellen. Also in Anerkennung sozusagen des Faktums oder der Gegebenheit, die wir nicht ändern können, nicht beeinflussen können, auch wenn wir uns bemühen, es zu tun, dass wir im Privaten immer sowas haben werden, wie eben eine Sphäre des Ökonomischen, des Oikos. Und es wird in dieser Oikos, also das Haus, wörtlich übersetzt, ja daher kommt die Ökonomie vom Haushalten, vom Haushalt. Zwischen den Häusern wird das Verhältnis immer so sein, dass es sozusagen mächtigere Häuser gibt und weniger mächtige, angesehenere und weniger angesehene Häuser, denen es gelingt, sehr viel mehr Ressourcen an sich zu ziehen und sehr viel Macht auf sich zu vereinen und auch in der Lage zu sein, sehr viel mehr Menschen oder auch aggressiver Menschen zu mobilisieren als andere Häuser. Und die Einsicht, aus der die Demokratie meines Erachtens ursprünglich mal geboren wurde, ist, dass in diesem Verhältnis des Wettbewerbs der Häuser ein Effekt eintritt, der dann tatsächlich nicht zu vermeiden ist und zwar systematisch nicht zu vermeiden ist, nämlich, dass diese Häuser in ihrem Wettbewerb die Gesellschaft, die Polis zerstören. Also das heißt, der Wettbewerb der Häuser, wenn er nicht umrahmt ist und eingehegt ist, von einer politischen Sphäre, in der sehr streng Machtgleichheit zwischen den Bürgerinnen herrscht, ist so strukturiert, dass er von sich alleine, ohne dass das auch einzelne Häuser vermeiden könnten, tatsächlich die Gesellschaft ruiniert und zerstört. Dass er letztlich dazu führt, dass Ressourcen vernichtet werden, auf die aber alle angewiesen sind, dass permanenter Unfriede in der Polis herrscht, also in der Gesellschaft als Ganzer und dass auch einzelne Häuser, die sich dem versuchen zu entziehen oder dem entgegenzusteuern oder entgegenzuhalten, durch ihre privaten ökonomischen Bemühungen als Eukos mit allem, was sie tun, diesen Effekt noch befeuern, anstatt ihn zu lindern. Das heißt, es ist sozusagen die Einsicht in die Ohnmacht des Privaten, in die Ohnmacht der Sphäre des Eukos, in etwas, was die ökonomische Sphäre an sich nicht kann, also als sie selbst nicht kann, aus ihrem Wesen heraus nicht kann. Aus dieser Einsicht heraus ist das Politische geboren als ein anderes, das eben das leistet, was das Ökonomische nicht leisten kann. Und diese sehr fundamentale Einsicht für eben, ich würde sagen, die Dynamik von größeren, komplexeren Gesellschaften, für die Sozialdynamik zwischen uns Menschen, wenn wir in größeren Gesellschaften zusammenleben, diese sehr fundamentale Einsicht hat es leider nicht in die Neuzeit geschafft. Die Griechen haben sie irgendwann entdeckt aus eben leidvoller Erfahrung. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass es so ist. Sie haben die Erfahrung, ich würde sagen, wirklich in aller Tiefe gemacht. Das heißt, sie haben sie auch persönlich erlitten, an ihrem eigenen Körper, an ihrer eigenen Gesellschaft. Und aus dieser Erfahrung letztlich haben sie das Politische erfunden. Die Moderne, die Neuzeit hat diese Erfindung aber nicht verstanden. Als die Moderne, die Neuzeit anfing, wieder sich Gedanken zu machen, tiefer gehend über politische Theorie und wie macht man Staaten, wie macht man Verfassungen, wie machen Menschen Politik zusammen, hat sie letztlich die wesentlichen Elemente und damit auch die Einsichten, die die Antike bereits gewonnen hatte, vergessen gehabt. Und dieses Vergessen ist nicht ganz zufällig. Es hat auch wieder was zu tun mit unserer Tradition. Aus meiner Sicht hat es sehr viel zu tun mit der philosophischen Tradition seit Platon. Platon hat einfach eine Verlagerung des Diskurses und des Denkens und damit auch der Aufmerksamkeit bewirkt, das wegfokussiert von diesen entscheidenden, für Gesellschaften zentralen Einsichten, die die Griechen selber schon mal hatten, hin zu ganz marginalen, unbedeutenden Zusammenhängen, die für sozusagen die Befriedung und das Funktionieren von Gesellschaften vollkommen unerheblich oder dysfunktional sind. Also seitdem wir diesen philosophischen platonischen Diskurs haben, ist es sozusagen ein Reflex in unseren Gesellschaften, dass wenn man in Richtung der Lösung tendiert, die wir eigentlich bräuchten, nämlich im Politischen durch die Demokratie Machtgleichheit herzustellen, weil wir sie im Privaten nicht bewirken können. Seitdem kommt dieser Reflex auf, dass wir das aber bestimmten Menschen gar nicht zutrauen, beziehungsweise es für, wie Platon für sinnvoll halten, bestimmte Menschen von diesen Schaltstellen und Zentralen der Macht fernzuhalten und damit letztlich das Politische und das Demokratische gar nicht erst entstehen zu lassen. Also sozusagen, wir sind eine politiklose Gesellschaft mit Vorsatz, weil wenn wir uns also das zentrale Moment der Demokratie anschauen, herrscht denn bei aller privaten Machtungleichheit und Ressourcenungleichheit, die auch zwischen uns oder gerade zwischen uns herrscht, herrscht denn zwischen uns faktisch politische Machtgleichheit? Dann müssen wir ganz klar sagen, dass das nicht der Fall ist. Also so ein Prinzip wie One Person, One Vote, jeder Mensch eine Stimme, ist nicht geeignet und nicht hinreichend, um tatsächlich politische Machtgleichheit herzustellen. Also wenn wir fragen, wer hat wie viel Einfluss auf unsere Gesetze, auf die Form unserer Gesetze? Wer hat wie viel Einfluss auf die Form unserer Verfassung? Wer macht denn die Verfassung? Wer entscheidet denn, dass unsere Verfassung diese Form hat und nicht eine andere? Wer entscheidet darüber, dass diese gemeinsamen Mittel, die wir zusammenlegen und die wir Steuern nennen oder Steuergelder oder staatliche Mittel oder staatliche Haushaltsmittel, wer entscheidet denn, wie die verwendet werden? Dann ist es ganz klar so, dass bestimmte von uns, und ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, die großen Häuser, die es auch heute gibt, mehr Einfluss darauf haben als irgendwer sonst, als andere von uns. Und das trifft nicht das Kriterium der politischen Machtgleichheit. Heute muss Macht, wenn wir über Macht reden, immer über den Staat geredet werden, weil die Moderne sich aus klugen Gründen, wie ich denke, dafür entschieden hat, weitestgehend so etwas zu errichten wie eben ein staatliches Gewaltmonopol. Aus meiner Sicht besteht dieses staatliche Gewaltmonopol nicht zufällig, sondern aus Notwendigkeit, weil wir es brauchen. Aber dadurch entsteht ein Sekundärproblem, nämlich die Frage tatsächlich, wer hat denn die Macht über den Staat? Wer regiert? Wer verfügt denn über diese gemeinsamen Mittel? Sowohl über die finanziellen Mittel als auch über die Gewaltmittel? Also wer kontrolliert zum Beispiel eben auch unsere Gewaltkräfte, auch wenn wir sie nicht so nennen, also Polizei und Militär und Geheimdienst und all das? Wer hat denn da die Kontrolle drüber? Und dann haben wir uns entschieden für eine Lösung, die die Griechen bereits, als sie das politische erfanden, verworfen hatten, nämlich die Lösung, dass das einige wenige machen sollten. Und das hatten die Griechen auch ausprobiert und es hat nicht funktioniert, sondern es hat die Gesellschaft zerstört, damals, vor 2500, 2600 Jahren. Das ist die Krise der antiken Poliswelt gewesen. Man hat das also auch mit sehr aristokratischen Lösungen versucht, also einige wenige, gerade die eben ressourcenreichen, mächtigen Häuser, haben versucht, über verschiedenen Techniken, tatsächlich Sozialtechniken, eine Lösung zu finden, mit Hilfe derer sie es verhindern und vermeiden können, sich selbst zu zerstören, also das Gemeinsame, die Polis zu zerstören. Und das ist ihnen nicht gelungen. Und wir sehen also sozusagen, dass das Private Ökonomische in dieser Hinsicht aus sich selbst heraus defizitär ist, dass sozusagen das Private Ökonomische etwas ganz Bestimmtes nicht kann. Und dieses, was es nicht kann, können wir sagen, es kann nicht vermeiden, verbrannte Erde zu hinterlassen. Es kann nicht vermeiden, dass die Brücken abgebrochen werden, und zwar zwischen den Bürgerinnen selber, in diesem Streit der Häuser gegeneinander, der aus meiner Sicht eben gerade kein politischer Streit ist, sondern ein privater, vorpolitischer Streit. Also wir, wie die Griechen damals, befinden uns derzeit in einem präpolitischen, protopolitischen, vorpolitischen, nichtpolitischen Stadium, in dem wir Politik noch nicht haben, sondern wir haben den Streit der Häuser. Um Rang, um Macht, um Ansehen, alle mit bestem Wissen und Gewissen, alle glauben, dass sie wissen, was für die Polis am besten ist, oder doch, dass es besser sei, wenn ihre Clique, ihr Haus eher den Hut auf hat, eher die Regierungsgewalt hat als andere. Und genau dieses Verhältnis führt dann letztlich zur Zerstörung der Polis an sich. Weil in diesem Streit, der mit zunehmender Erbarmungslosigkeit geführt wird, und aus einer Eigendynamik, die kein einzelnes Haus irgendwie stoppen kann, egal was es tut, und sich dann alle sozusagen in einem Mindset befinden oder einem Verhältnis befinden, wo alle sozusagen im Modus der Gefahrenabwehr unterwegs sind. Und die Gefahr ist halt jeweils der andere. Also jeder hält das Haus des anderen für die große Gefahr und ist jetzt sozusagen, weil er ja im Modus der Gefahrenabwehr ist, berechtigt, alle möglichen Grausamkeiten und Gewaltmittel selbst einzusetzen, weil das ja schützende Gewalt ist. Also alle befinden sich im Verteidigungsmodus, aber alle befinden sich gleichzeitig im Verteidigungsmodus und wollen das Schlimmste verhindern, das jeweils aus ihrer Sicht Schlimmste. Und weil aber alle in diesem Modus gleichzeitig sind, kommt es also zu einem verheerenden Effekt, der letztlich nur zerstörerisch destruktive Wirkung für alle haben kann. Und das ist eine Dynamik, die sich bei den Griechen ergeben hat. Und ich sehe uns vielleicht irrigerweise in der gleichen Dynamik. Das ist ja auch nur die komische Ansicht einer komischen, wilden Privatperson, nämlich mir, dass ich da Parallelen sehe, zu sehen glaube. Und wenn das halt so ist, dann ist es halt so, dass wir das Politische halt auch brauchen. Und das Politische konstituiert sich, realisiert sich halt über die Demokratie. Das heißt eben, in dem Vorsatz ganz bewusst allen Menschen die gleiche politische Macht geschenkt wird, aber auch abverlangt wird. Das heißt, es wird auch von allen verlangt, politische Verantwortung zu übernehmen. Und zwar unabhängig davon, ob das die Leute überhaupt wollen oder sich zutrauen oder sich vorstellen können. Es wird einfach trotzdem verlangt. Und zwar aus einem, so fatal und gefährlich das ist, höheren Grund, aus einem höheren Gut. Und dieses höhere Gut ist die Befriedung. Und ich würde sogar sagen, die Befreundung, die freundlicher Machung der Gesellschaft. Und das klingt vielleicht so schwach, ist aber ein sehr viel stärkerer Grund, als denke ich, viele heute annehmen. Denn es gibt eben keinen neutralen Zustand. Also wir Menschen sind in einem Verhältnis in größeren Gesellschaften, wo wir entweder freundlicher miteinander werden oder feindseliger miteinander werden. Das heißt, Statik oder Neutralität gibt es nicht. Also entweder sind wir in einer Bewegung der permanenten Befreundung und des freundlicher Werdens oder wir sind in einer Bewegung des immer feindseliger Werdens. Das heißt, das, was wir uns oft wünschen, so einen neutralen, angenehmen Mittelzustand, gibt es einfach nicht. Wir sind immer in Dynamik und diese Dynamik können wir als Einzelnen nicht stoppen, egal was wir tun. Also egal, wie wir uns selber aufstellen, wie freundlich wir selber sind, wie friedfertig wir selber sind, wie verständnisvoll, empathisch, kooperativ, mitdenkend und was auch immer wir selber sind. Diese Dynamik ist eine Dynamik, die sich sozusagen aus unserem Zusammenwirken als Gesellschaft ergibt und diese Dynamik ist stärker als jeder einzelne und auch als jede einzelne Gruppe oder Teilgruppe der Gesellschaft. Das heißt, keine Gruppe kann sozusagen für sich selbst so gute private Praktiken etablieren, dass sie diese Gesamtdynamik der Gesellschaft stoppen könnte. Das kann tatsächlich nur die Gesellschaft als Gesamte und dann ist wieder die Frage, hat die Gesellschaft als Gesamte denn überhaupt einen Ort in der Gesellschaft selbst? Und eigentlich müsste dieser Ort tatsächlich das gemeinsame Regieren der Staat sein, nur in einem Staat, der immer noch so aristokratisch verfasst ist, wie unsere heutigen Staaten weltweit auf dem ganzen Globus sind. Das heißt, einige wenige üben Regierungsgewalt aus, statt dass alle gemeinsam Regierungsgewalt ausüben, in einem solchen, immer noch derart aristokratisch, oligarchisch verfassten Staatswesen ist es eben so, dass dieser Effekt, dieser befriedene Effekt, dieser Ort, die der Staat eigentlich sein müsste, eben nicht gefüllt ist. Er ist sozusagen, das Politische ist dann strukturell ökonomisiert, das heißt, es ist eben verfasst, wie die alten Griechen das gesagt hätten, als Eukos und eben nicht als Polis. Wir leben sozusagen in ökonomischen Verhältnissen, wo wir in politischen Verhältnissen längst leben müssen. Und dazu muss man aber zusätzlich verstehen, dass das Politische das Ökonomische nicht aus dem Feld schlägt. Ja, also sozusagen, es ist nicht so, dass das Politische das Ökonomische verdrängen würde oder je verdrängen könnte. Es ist nur so, dass das Politische überhaupt bestehen muss, dass es überhaupt einen Ort geben muss, wo mal nicht das Ökonomische regiert. Also das heißt Private, unsere privaten Dynamiken, unsere privaten Gruppenlogiken, in denen wir sonst gefangen sind. Und als dieses Andere muss das Politische konstituiert werden. Und das heißt, es muss auch sehr streng konstituiert werden, weil wenn es nicht sehr streng verfasst wird, also wenn diese politische Machtgleichheit nicht sehr streng durchgezogen wird von uns, prozessual, institutionell, verfassungsmäßig, wenn also nicht felsenfest verfassungsmäßig garantiert ist, dass wir tatsächlich in der Realität gleich viel Macht haben, alle im Politischen. Wenn es nicht so ist, dann kommt es automatisch zum Effekt der Privatisierung des Politischen und dadurch zum Nichtbestehen des Politischen. Wir reden dann so, als ob wir Politik hätten, müssen, aber faktisch haben wir gar keine. Wir nennen etwas Politik, was diesen Namen nicht verdient hat, sondern was immer noch der vorpolitische Streit der Häuser ist. Und in diesem vorpolitischen Streit der Häuser sind wir gefangen auf Gedeih und Verderb und faktisch ist es immer unser Verderb. Und eben unabhängig davon, was wir als Einzelne uns entschließen, zu tun oder zu lassen, weil das auf einer ganz anderen, viel höheren Ebene von Gesellschaft entschieden wird. Und letztlich ist eigentlich alles bereitet, also um etwas nicht so pessimistisch, sondern optimistischer zu reden oder hoffnungsmachender zu reden, letztlich haben wir tatsächlich alles, was wir brauchen. Wir haben die Staaten, wir haben auch ein gewisses Bewusstsein, dass wir irgendwie politische Gleichheit brauchen, so ganz diffus ist das doch irgendwo da. Was wir halt nicht haben, ist die Strenge, die Strenge, mit der wir das dann auch in der Realität durchziehen. Sondern was wir stattdessen tun, ist, dass wir uns immer wieder neu, Tag für Tag neu entscheiden, mit einer Verfassung zu leben, die letztlich politische Ungleichheit nicht nur zulässt, sondern garantiert. Die Verfassungen, die wir haben, und das betrifft nicht nur Deutschland, sondern betrifft, wie gesagt, alle heutigen Staaten der Welt, sind so verfasst, dass garantiert ist, dass immer einige wenige politische Macht haben oder sehr viel mehr politische Macht haben als alle anderen. Und das ist tatsächlich eine Fehlkonstruktion des Politischen an sich und so weitgehend, dass man sagen kann, die Moderne, die Neuzeit hat das Politische noch gar nicht. Sie hat gar keine politischen Räume, sie redet so, als ob sie welche hätte, aber sie hat sie faktisch nicht. Wir haben das Politische noch nicht für uns entdeckt. Wir sind vorpolitische, privatistische Gesellschaften und das ist eben unser Verderben, weil diese ganzen Dynamiken, die wir dann haben, die wir dann kriegen, bei bestem Wissen und Gewissen und mit aller Anstrengung und allem Ethos, der dann aufgefahren wird, trotzdem nicht gestoppt werden kann. Das heißt, auch wenn wir unser Bestes geben in dieser Dynamik, tragen wir auch dadurch, dass wir unser Bestes geben, trotzdem zur Destruktion bei. Also sozusagen, aus gutem Willen werden dann böse Effekte. Und das können wir auch die ganze Zeit heute beobachten, dass das der Fall ist. Und wenn ich also hier von Eukos rede, muss man immer mitbedenken, dass im heutigen Weltmaßstab auch einzelne Staaten, ja, bezogen auf den Weltmaßstab, auf die Weltgesellschaft als Eukoi beschrieben werden müssen. Das heißt, auch das, was wir heute Nationalstaaten nennen, sind eigentlich Privathäuser. Auch das sind noch gar keine politischen Entitäten. Ich weiß, das ist ungewohnt, so zu denken, aber es ist sehr logisch, in sich stimmig und vor allem zeigt es einen Ausweg aus, also auf. Das heißt, wenn man so denkt, wie ich es hier skizziert, zu skizzieren versuche, mit meinen komischen, komischen Worten, wenn man in diese Richtung denkt, dann entsteht eine Lösung, die sonst nicht sichtbar wird oder nicht greifbar wird. Das heißt, wie sehr wir heute einen demokratischen Weltstaat tatsächlich brauchen. Weil wir sozusagen heute in einem Zustand leben, in dem es eben auch diese großen Häuser gibt. Wir nennen sie Nationalstaaten und davon sind wieder einige sehr viel mächtiger und wichtiger. Das ist ja sogar institutionell gespiegelt im UNO-Sicherheitsrat und wie die UNO verfasst ist und mit den Vetorechten und noch einigem anderen mehr. Haben wir halt sehr mächtige private Entitäten, die in einem beständigen Kampf gegeneinander gefangen sind und sich aus diesem Kampf auch selber gar nicht befreien können. Und diese Unfreiheit ist etwas, was die alten Griechen irgendwann begriffen haben. Sie haben also begriffen, dass gerade sie selbst, also die aristokratischen Häuser selbst, die großen Familien, die ständig im Krieg miteinander lagen, ständig im Streit miteinander lagen, mal war der eine oben, mal war der andere oben, mal wurden die einen ermordet und vertrieben, mal wurden die anderen ermordet und vertrieben. Also in diesem Streit gefangen realisierten die Aristokraten der damaligen Zeit, des antiken Griechenlands, dass sie aus dieser Dynamik sich selbst gar nicht befreien konnten. Und aus dieser Einsicht der eigenen Unfreiheit, diesem Gefangenen und Verstricktsein im Kampf gegen letztlich ihresgleichen, haben sie letztlich das Politische und die Demokratie erfunden. Aus einer, ich würde sagen, tiefen Einsicht in menschliche Sozialdynamiken, einer tiefen Einsicht in menschliche Sozialdynamiken, die leider der Moderne, der Neuzeit bisher abgeht. Das heißt, wir sind im Vergleich zum antiken Griechenland, gerade was unsere eigenen Dynamiken, unsere Sozialdynamiken, unsere Gruppendynamiken angeht, hochnaiv unterwegs. Wir setzen auf Lösungen, die nicht funktionieren, die auch nicht funktionieren können, die niemals funktionieren werden und erwarten uns davon, dass es davon besser wird. Das heißt, wir sind immer noch im Zustand der Illusion. Wir sind illusionär tätig. Wir versuchen jede Menge Dinge. Ich würde immer behaupten, die Griechen haben die alle bereits durchgespielt. Das hatten die alles bereits ausprobiert. Und sie hatten herausgefunden, durch ausprobieren, dass das nicht funktioniert. Und aus dieser Einsicht, aus ihrem eigenen Scheitern heraus, aus dem Erleben ihrer eigenen Unfähigkeit heraus, haben sie das politische erfunden. Und sie haben es so erfunden, dass sie private Ungleichrangigkeit, private Rangunterschiede, private Ressourcenunterschiede, private Machtunterschiede toleriert haben und geduldet haben und ihren Frieden damit gemacht haben. Also sie haben nicht so was gemacht wie Kommunismus oder so. Und stattdessen einen künstlichen Raum erfunden, erzeugt und eingeführt und am Leben erhalten haben, eben den Raum des Politischen, in dem sie künstlich Machtgleichheit hergestellt haben zwischen den Bürgerinnen. Und damit den Begriff des Bürgers überhaupt eine gehaltvolle Bedeutung gegeben haben. Eine Bedeutung, die wiederum in der Neuzeitmoderne schmerzlich fehlt. Also wenn wir heute von Bürgern reden oder Bürgerinnen oder Bürgerschaft, dann haben wir wieder das gleichen Effekt wie beim Politischen, was ja sogar daher kommt, oder bei der Demokratie, dass wir etwas mit Namen nennen, das das nicht verdient hat. Und wir sind heute gar keine Bürger. So komisch der Gedanke ist. Weil wir Bürgerschaft in einem ganz bestimmten Verhältnis besteht, das wir noch gar nicht hergestellt haben. Derzeit reden wir, es gäbe es so was wie Bürgerschaft, wir sind aber alle ein Haufen Privatpersonen. Und genau das ist unser Problem. Wir sind ein Haufen Privatpersonen, die sich dann in Lagern, Parteien, Milieus, Staaten zusammenballen, gegeneinander. Das bürgerschaftliche Verhältnis ist aber kein Verhältnis gegeneinander. Wenn wir Bürgerinnen sind, dann sind wir nicht im Zustand Lager gegen Lager, Partei gegen Partei. Der Zustand der Bürgerschaft löst genau dieses Stadium, dieses Gegeneinander auf, weil dafür wurde es erfunden. Der Zweck des Politischen war, dieses Gegeneinander strukturell zu beenden, und zwar dieses Gegeneinander von Lagern und Parteien. Das heißt, Parteien, und das ist ein ungewohnter Gedanke für die Moderne, sind private Entitäten, keine politischen Entitäten. Sie sind das Problem, nicht die Lösung. Und solange wir also versuchen, Dinge zu regeln, über den Mechanismus des Kampfes der Parteien, des Kampfes der Lager, sind wir in einem ökonomischen, privatistischen Zustand, in einem vorpolitischen Zustand, der uns selber sehr schlecht bekommt. Und das erleben wir gerade. Also wir erleben das am eigenen Leib, ähnlich wie es die alten Griechen erlebt haben, dass wir uns selber kaputt machen. Und natürlich wollen wir das gerne stoppen, aber natürlich tendieren wir auch immer dazu zu sagen, ja, das andere Lager ist schuld. Der Feind ist schuld. Der Innerstaatliche, der Innerpolis-Feind ist schuld. Wir machen ja nur X, weil die bösen anderen machen Y. Das sagen die anderen aber auch. Also man ist dann füreinander der Feind, man ist füreinander der Böse, man ist der, der besiegt werden muss, man ist der, der unterworfen werden muss. Die eigene Gruppe ist die, die sich die Macht im Staat, die Regierungsgewalt krallen muss. Ja, willkommen im Club, willkommen im Club der Menschheitsgeschichte, die dieses Problem immer hatte. Und das Politische beendet diesen Zustand. Wenn es das Politische ist, beendet es diesen Zustand und zwar zuverlässig, strukturell, dauerhaft. Und da sind wir nicht. Wir haben das Politische noch nicht. Wir haben keine Politik, weil Politik besteht in einer Setzung, in einer institutionell, institutionell verfassungsmäßigen Setzung von Machtgleichheit und das Mittel, um das zu erreichen, ist Demokratie, akka das Losverfahren. Demokratie und Losverfahren sind weitestgehend identisch. Also wenn man sich fragt, wie setzt sich denn Demokratie um, dann setzt es sich um, über dem gelost wird in der Politik. Indem die entscheidenden Machtgremien im Staat per Losverfahren besetzt werden, eben geloste Gremien sind, so wie das im antiken Griechenland in der demokratischen Phase der Fall war. Der Rat der 500 war gelost, die sogenannten Volksgerichte waren gelost und sie waren die entscheidenden Machtinstanzen im Staat, die auch die gewählten Politiker kontrolliert haben und zwar sehr wirksam kontrolliert haben. Die Politiker hatten keine Macht, sie waren Diener der Allgemeinheit, sie waren Diener des Staates und das ist ein gutes Verhältnis, weil dadurch letztlich die Aristokratie die Oberschicht selbst eingefangen wird. Dass dann diese Ämter, diese Wahlämter hauptsächlich mit Menschen aus der Oberschicht in der Aristokratie besetzt werden, ist völlig unproblematisch, solange die Allgemeinheit ihre Hand darüber hat, weil dann dienen diese mächtigen, ehrgeizigen, ressourcenreichen Menschen tatsächlich der Allgemeinheit, erst dann können sie ihr überhaupt dienen, weil letztlich das, was die Demokratie über ihre Prozesse leistet, eine Integration der Oberschicht in die Gesellschaft ist und dass die Unterschicht dabei aktiviert ist, ist ein nur ein Mittel zum Zweck. Das ist im antiken Griechenland relativ klar ausgesprochen. Wir sehen es eben schon sehr stark im vorpolitischen Bemühen Solons, die Allgemeinheit für das Politische zu interessieren und zu motivieren. Also Solon bereits hat er begriffen, was Not tut, er hat aber das Know-how noch nicht, das heißt, er hat noch nicht auf das Losverfahren gesetzt. Also Solon sehen wir als jemanden, der verzweifelt versucht, die unbeteiligten, unpolitischen, idiotischen, im altgriechischen Sinne, privatistischen Bürger in die politische Sphäre zu ziehen. Und was es dann geschafft und geleistet hat, waren die kleisthenischen Reformen, das heißt, ein Vorgang ca. 70, 80 Jahre später nach Solon. Nachdem man diese tyrannische Episode der Paisistratiden, Tyrannis in Athen hinter sich gebracht hat, da hatte man begriffen, was es braucht, nämlich, dass gelost werden muss, dass das Losverfahren ein Prinzip ist. Heute würde man sagen, das demokratische Prinzip ist, über das die Polis zuverlässig, stabil, in sich intern befriedet werden kann. Und das leistet dann letztlich eine Integration der Oberschicht der mächtigen Menschen, der ressourcenreichen Menschen, die auch privat weiterhin mächtiger bleiben als alle anderen, noch angesehener bleiben als alle anderen. Das ist dann aber unproblematisch, wenn eben im politischen sehr strengen Machtgleichheit herrscht. Und diese Strenge fehlt der Moderne. Wir sind einfach viel zu lax. Wir haben nicht begriffen, wie wichtig es ist, dass im politischen tatsächlich, faktisch, wirksam Machtgleichheit zwischen den Bürgerinnen herrscht. Stattdessen dulden wir Verhältnisse, denen faktisch einige wenige sehr viel mehr Einfluss auf den Staat haben als andere und halten das noch nicht mal für einen großen Skandal. Wäre das anders, wäre zum Beispiel nach dieser Armutsreichtumsstudie, die 2015, 2016 rauskam, auf die ich mich immer wieder beziehe, die das zum Beispiel nur für Deutschland erforscht hat, aber die Methodik kommt aus den Vereinigten Staaten, das heißt, man hat es vorher bereits in den Vereinigten Staaten von Amerika erforscht und hat dann die Methodik genommen und hat sie mal auf Deutschland angewandt und was da als Ergebnis rauskam, hätte einen großen, großen Aufschrei geben müssen, hat es aber nicht. Ja, also so kleine Institutionen wie Lobby Control haben sich dann dafür interessiert, aber mehr auch nicht. Es hat nicht zu einer breiten Verfassungsdebatte geführt und daran sehen wir, wie lax wir sind, wie für, wie, für, wie wenig uns klar ist, wie wichtig das ist. Wenn uns das klar wäre, die Dynamiken, von denen ich hier rede, dann wäre das spätestens der Moment gewesen, wo wir tätig werden und wo wir sagen, unsere Verfassung kann nicht so bleiben, wie sie derzeit ist, weil sie ist destruktiv und zerstörerisch, so wie sie derzeit ist. Wir schießen uns mit dieser Verfassung selber ins Knie und zwar wir alle. Wir machen uns selber kaputt. Wir können das auch in dieser Ordnung, in dieser Verfassungsordnung gar nicht vermeiden, uns selber kaputt zu machen. Es ist niemandes Schuld. Die Verfassung ist fehlkonstruiert. Das wäre spätestens der Punkt gewesen, wo man das hätte begreifen können und müssen und da fehlt es halt an allgemeinem Bewusstsein. Wir sind sehr lässlich, sehr lax, mit etwas, mit was wir überhaupt nicht kulant sein dürften, wenn Gesellschaft funktionieren soll. Nämlich mit dem Prinzip, mit dem urdemokratischen Prinzip politischer Gleichheit, politischer Gleichrangigkeit, politischer Gleichwirksamkeit, politischer Gleichmächtigkeit, aka Isegorie und Isonomie, so hieß die Demokratie ursprünglich im Antiken Griechenland. Damit sind wir unglaublich, unglaublich lax, während wir immer wieder dann als Reflex oder als kompensatorischen Moment immer wieder Angleichungen im Privaten dann versuchen, und zwar dort, wo es nicht funktioniert und zwar wieder katastrophale Auswirkungen hat. Also ich interpretiere die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts als aus Dummheit, aus sozialdynamischer Dummheit geborene Versuche, Gleichrangigkeit im Privaten herzustellen, weil man auf die Idee, Gleichrangigkeit im Politischen herzustellen, in der Moderne partout nicht kommt. Ja, also man versucht es dann an der falschen Stelle und diese falsche Stelle ist total destruktiv. Also man versucht Menschen ähnlicher einander zu machen oder gleichmächtig zu machen im Privaten, dann geschieht das immer mit unglaublicher Gewalt und Grausamkeit. Das Politische hat nichts Grausames. Das Politische, wenn es das Politische ist, ist einladend für alle, aber auch verpflichtend für alle. Und das hat wenig Gewalthaftes oder so gut wie nichts. Es sagt einfach nur, du musst als Mensch, als erwachsener Mensch deine Pflicht tun, deinen Beitrag leisten und das müssen alle, damit wir hier friedlich-freundliche Verhältnisse überhaupt haben können miteinander. Wir müssen diese Gleichrangigkeit in die Praxis bringen, in eine beständige, verfassungsmäßig garantierte Praxis und das ist dann halt eine demokratische, verfassungsmäßige Ordnung, in der es vollkommen normal ist, vollkommen gewöhnlich ist und sogar unspektakulär ist, dass alle ihren politischen Dienst tun, ja, aufgelosten Gremien, die die eigentliche Macht, die gemeinsame Macht verkörpern, also sozusagen die letztlich die Allgemeinheit sind, die letztlich der Staat eigentlich sind, die letztlich die Politeia, die Verfassungsgemeinde bilden, ja, aber eben in einer aktiven, gefüllten Form, nicht nur in einer leeren Rede wie hier oder auf dem Papier oder so, sondern als gelebte Praxis, das heißt, Leute kommen dort physisch zusammen und beraten und entscheiden, was für alle das Richtige ist und diese Leute, die beraten und entscheiden, sind gelost, das heißt, sie kommen aus der Allgemeinheit und verkörpern die Allgemeinheit. Und wenn man diesen Prozess sehr regelmäßig durchführt, in der Breite durchführt, bei allen möglichen Themen durchführt, kriegt man eine politische Ordnung auch in der Neuzeit der Moderne, die faktisch, ganz faktisch und buchstäblich alle Menschen aktiv an Politik beteiligt und zwar gleich viel an Politik beteiligt und dadurch überhaupt erst entsteht Politik. Vorher ist das überhaupt gar keine Politik. Vorher haben wir keine Politik. Vorher haben wir Häuser, die einander bekämpfen. Und das ist der vorpolitische, privatistische Zustand, in dem auch die Griechen waren, die den Griechen durch die Demokratie überwunden haben, den wir aber, da wir nicht losen und da wir nicht alle gleich viel an Politik beteiligen, noch nicht haben. Und insofern muss man sagen, wir haben gar keine Staaten, keine Funktionierenden, wir haben keine Polis, wir haben keine Bürgerschaft, wir haben keine Politik, wir haben keine Demokratie. Das sind alles Dinge, die sind noch still to come. Also sozusagen, sie sind noch nicht da, aber wir könnten sie haben. Sie liegen in der Zukunft. Nicht, dass sie schon da sind oder zumindest für die Neuzeitmoderne in unserer Vergangenheit lägen. Ja, sie sind noch nicht realisiert. Sie sind das, was uns heute fehlt. Und wieder, es geht nicht um Angleichungen im Privaten, es geht nicht um eine konformistische Gesellschaft, in der alle einander ähnlich werden müssen oder überhaupt ähnliche Präferenzen oder Lebensentscheidungen füllen müssen, sondern es geht darum, dass wir die Dinge, die alle angehen und dass wir die gemeinsamen Machtmittel und die gemeinsamen Machtspiele so spielen und zum Erliegen bringen auf eine gewisse Weise, dass wir eben das über Machtgleichheit lösen, über künstlich erzeugte, künstlich gesetzte und gemeinsam aufrechterhaltene Machtgleichheit im Politischen. Und wenn wir das nicht tun, entfalten sich halt die üblichen Machtdynamiken und dann entfaltet sich halt der erbarmungslos geführte Kampf der Häuser gegeneinander. Wo man immer versucht, das zu stoppen. Natürlich sind einzelne Häuser daran interessiert, dass Frieden herrscht. Sie können es nur nicht leisten. Und irgendwann finden sie sich dann selbst in einer relativ kriegerischen Position wieder, wo sie selber Dinge tun, die sie sich selber nie zugetraut hätten, wo die auch gegen ihre eigenen Werte und Haltungen und privaten Präferenzen verstoßen, aber die Machtdynamik ist einfach stärker. Und das ist halt natürlich ein sehr unangenehmer Gedanke, dass wir in einer Welt leben, in der wir privat nicht Herren über uns selbst sind. Das ist ein unangenehmer Gedanke. Die Griechen haben das auch nicht gemocht. Die Griechen neigten anders als die Römer, nicht sonderlich diszipliniert zu sein oder überhaupt zur Staatenbildung. Deswegen haben sie ja Pollays gebildet und keine Staaten. Ja, sie hatten es lieber klein und kuschelig und auch nicht sehr bürokratisch. Dazu neigten sie nicht sonderlich, aber sie mussten dann irgendwann einsehen, dass sie so nicht zusammenleben können. Die Demokratie und das Politische wurden erfunden aus Einsicht in eine Dysfunktionalität eines vorpolitischen Zustands. Aus der Not, aus der Einsicht haben sie letztlich das Politische und die Demokratie erfunden und wir halt noch nicht. Das große Problem ist halt, ist A, unser platonisches Erbe und B, unser Irrtum, dass wir glauben, bereits Politik zu haben. Ja, natürlich ist das unplausibel. Wenn man denkt, wir haben ja schon einen Staat, wir haben ja schon Demokratie, wir sind ja schon Bürger, wir sind ja schon politisch, dann ist es unplausibel zu sagen, ja, das ist genau das, was uns fehlt. Wenn du denkst, du hast es bereits, warum soll das das Problem sein? Ist es aber. Und durch altgriechische Augen betrachtet, so kommt es mir zumindest vor, sieht man das deutlicher, was uns fehlt und warum eine konsequente Demokratisierung, eine konsequente Politisierung der Gesellschaft die Lösung tatsächlich ist für nicht alle, aber doch sehr viele unserer heutigen Probleme. Ja, vor allem eben die gesellschaftlichen Probleme, die wir miteinander haben und die Unfriedlichkeit, die Kriege, der beständige Streit, die beständige Feindseligkeit in der Gesellschaft, das sind wirkliche, wirklich Dinge, die nicht so sein müssten. Ja, wir können wunderbar verschieden zusammenleben in aller Liberalität, ohne uns dabei ständig gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Und natürlich gibt es einige Menschen heute, die glauben, das ist gar nicht so schlimm, aber das ist einfach nur, weil sich die Dynamik noch nicht voll entfaltet hat. Im weiterentwickelten Stadium finden auch diese Menschen, die also sagen, ja, Streit ist ja was Gutes und Auseinandersetzung ist ja was Gutes und was habt ihr denn alle und diese Warnungen für Bürgerkrieg vor Stasis sind alle überzogen. Im fortgeschrittenen Stadium ist es dann auch diesen Menschen zu viel, nur sie sind nicht vorausschauend genug, antizipativ genug unterwegs, um zu begreifen, dass sie am Beginn einer Dynamik stehen, die am Ende auch ihnen selber zu viel ist. Sie müssen es erst erleben und erleiden, um es zu begreifen, was sie jetzt hätten tun müssen, um das zu verhindern, was dann kommt. Und ich weiß, das sind immer so Kassandra-Rufe oder wird immer so, aber die Logiken sind eigentlich relativ klar. Ich halte das für das Ergebnis relativ nüchternen analytischen Denkens und nicht also einer aufgeputschten, so, es ist einfach historische Erfahrung, die halt ernst genommen ist. Es ist so ein Denken, das sagt eben, die Historie hat uns doch etwas zu sagen. Die Dynamiken, die in anderen Gesellschaften sich ergeben hatten, sind nicht gleichgültig. Bei uns heute ist nicht einfach alles anders, sondern Menschen sind da im Kern doch so ähnlich, dass die Sozialdynamiken, die sich zwischen uns ergeben, trotz verschiedener Gesellschaftsformationen, trotz verschiedener Bezeichnungen im Kern immer recht ähnlich sind. Ja, also gruppendynamisch haben wir Menschen uns nicht weiterentwickelt seit der Antike. Das, was sich ergibt zwischen uns als Sozialdynamik, sind die gleichen Mechanismen, unter denen auch die Antike gelitten hat. Und die Lösungen, die versucht werden, sind daher auch immer die gleichen. Es gibt dort eine sehr vielversprechende Lösung, auf die die Antike irgendwann gekommen ist, die wir halt in der Moderne noch nie ernsthaft ausprobiert haben. Und das ist konsequente Demokratisierung. Konsequente Demokratisierung unserer heutigen Staaten. Das heißt, wir bauen den Staat, wir bauen unsere Verfassungen so, dass jeder politisch tätig ist, dass jeder auch politisch tätig sein kann, und zwar gleich viel und unmittelbar, nicht vermittelt über andere, nicht durch Repräsentation. Das läuft auf eine Präsenzdemokratie hinaus, nicht auf eine Repräsentanz irgendwas. Und das ist etwas, was wir noch nicht getan haben. Und wir haben sehr viel ausprobiert in der Neuzeitmoderne, wir sind ja durchaus findig, aber das haben wir noch nicht ausprobiert. Und jetzt ganz sanft gesprochen, es ist ein Versuch wert. Und ich warte immer auf den Staat, der mal den Versuch macht, damit ernst zu machen. Ich meine, es gibt ja Ansätze. Es gibt ja Staaten, die bereits begonnen haben, mit Losverfahren und gelosten Gremien zu experimentieren, aber halt nie in dieser Konsequenz, wie es das antike Griechenland, das antike Athen getan hat, nach 508, 507 vor Christus, nach den kleisthenischen Reformen. Das gibt es einfach in der Neuzeit noch nicht. Und ob das, was ich hier immer erzähle, kompletter Quark ist, oder ob da was dran ist, sehen wir erst, wenn wir es machen. Also meine komischen Thesen sind nur falsifizierbar durch Realität, also durch ernsthafte Experimente mit der Realität, auf eigene Gefahr. Ja, also es kann sein, dass das völlig fatal ist, was ich hier erzähle, dass das völliger Quark ist. Aber ob das so ist oder nicht, kann man nicht durch Argumente, wie soll man sagen, herausfinden, sondern durchmachen. Es muss halt immer einen Staat geben, der damit ernst macht. Belgien scheint auf einem guten Weg zu sein. Belgien scheint so der Staat zu sein, der am bereitesten ist, aus eigenen internen Problemen, Flamen und Wallonen und die ganze belgische komische Tradition, ja, also die gesellschaftliche Tradition in Belgien, scheint so eine gewisse Steilvorlage dafür zu sein, das mal ernsthafter auszuprobieren. Ja, und dann sind da eben auch, tolle Leute am Werk, mit dem G1000 und David von Rehbruck und wie sie alle heißen, die halt da bereit sind, ein groß angelegtes, gesamtgesellschaftliches Experiment zu fahren. Das bräuchten wir irgendwo. Und vielleicht ist es eben auch gar nicht Europa, wo das passiert letztlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann irgendein Staat, dem wir das überhaupt nicht zutrauen, aus purer Verzweiflung, ähnlich wie bei den antiken Griechen, irgendwann ernst macht mit gelosten Gremien und Losverfahren und den Staat tatsächlich auf der Allgemeinheit aller Bürger, auf der politischen Aktivität aller Bürgerinnen aufbaut. Natürlich unter Einschluss aller Frauen, aller erwachsenen Frauen. Also das ist die große Innovation, der Moderne gegenüber der Antike ist, dass unsere Vorstellung von Demokratie schon im Ansatz sehr viel inklusiver ist und sehr viel mehr Menschen einbezieht, als das die Antike mit ihrem Ausschluss von Sklaven, Frauen und Methöken gemacht hat. Wir sind in der Lage, eine wesentlich bessere und wesentlich stabilere und übergreifendere Demokratie aus der Taufe zu heben in der heutigen Zeit, als das die Griechen jemals konnten. Die griechische Demokratie ist nicht von ungefähr gescheitert. Nicht zufällig, sondern wieder aus Notwendigkeit. Wir heute sind aber in der Lage, eine stabile, dauerhafte Demokratie zu schaffen. Dazu müssen wir aber begreifen, dass wir sie derzeit noch nicht haben. Wenn wir denken, wir haben bereits Demokratie, dann ist immer die Frage, was soll denn das? Warum Demokratisierung? Wir haben doch schon Demokratie. Nee, haben wir nicht. Das ist ja unser Problem. Und das ist etwas schmerzhaft. Also man muss über einige schmerzhafte Einsichten drüber. Wie man hört, bin ich schon jenseits. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass dieser Weg mich einiges gekostet hat und halt auch ein schmerzhafter Weg war. Ich musste mir eingestehen, dass viele Dinge, wie ich sie früher gesehen habe, falsch waren. Und das war nicht einfach. Also es war schon ein Weg. Und es war mit vielen Schmerzen und auch Einsichten in eigene Fehlannahmen verbunden. Man mag das menschliche Gehirn nicht sonderlich, wenn man merkt, dass so Grundfesten des eigenen Weltbilds irgendwie daneben liegen. Das habe ich halt jetzt schon hinter mir. Und man kann es überleben. So viel kann ich sagen. Man kann also merken, dass man in bestimmten zentralen Punkten falsch lag mit seinen Annahmen über Gesellschaft und über die Menschheit und über Sozialdynamiken. Und man kann sich weiterentwickeln. Man kann dazulernen. Wir Menschen sind durchaus lernfähig, was das angeht. Und ich nehme für mich in Anspruch, da einige Lernerfahrungen jetzt bereits hinter mir zu haben, weil ich habe nicht immer so gedacht. Ich kann nur sagen, ich war lange, lange Zeit wirklicher Fan des Grundgesetzes und ein wirklicher Verfassungspatriot im Wortsinne. Das heißt, ich war der Meinung, dass die Verfassung, die wir haben, mit die beste ist, die wir Menschen überhaupt haben können. Und dieser Meinung bin ich halt nicht mehr. Ein zentraler Baustein dessen, dass ich von diesem Irrtum weggekommen bin, ist tatsächlich diese Armuts- und Reichtumsstudie und der wissenschaftliche Nachweis, wie ungleich die politische Macht faktisch, wissenschaftlich, ich würde sagen, bewiesen in unserem Staat derzeit ist, wie groß die, wie stark Wissenschaft das feststellen kann, dass einige wenige extrem viel Einfluss auf staatliches Handeln, auf unser gemeinsames Handeln haben und wie wenig, bis gar keinen, bis negativen Einfluss sehr, sehr, sehr viele, wenn nicht sogar die allermeisten haben. Und das spätestens ist der Punkt, wo wir uns ganz grundlegende eben verfassungstechnische Gedanken machen müssen, und wo unsere Gedanken in Richtung Verfassungsreform gehen müssen, natürlich in Richtung einer demokratisierenden und auch in die Pflicht nehmenden Verfassungsreform, die nicht einfach sagt, ja, irgendwie andere Leute sollen uns retten, andere, irgendwelche Politikerinnen oder andere Leute, nee, das müssen wir hübsch selber machen, und zwar wir alle. Es braucht uns alle in der Politik, uns alle, ausnahmslos, alle erwachsenen Menschen. Und drunter ist kein Friede zu machen und drunter ist kein freundliches, verständiges, verträgliches, respektvolles Verhältnis in der Gesellschaft zu machen. Anders funktioniert das einfach nicht. Und zwar aus Sozialdynamiken heraus, die wir uns nicht ausgesucht haben, die wir dennoch selber sind. Also es gibt eben ganz viel an uns selber, das wir eben nicht unter Kontrolle haben, sondern das sich sozusagen als Dynamik zwischen uns entfaltet, und zwar auch dann entfaltet, wenn wir es gar nicht wollen. Wir sind eben als Kollektiv, solange wir das Politische nicht haben, nicht Herren unserer selbst, sondern wir sind, wie die Griechen das gesagt und gedacht haben, unfreie. Wir sind heute unfreie Menschen. Wir sind Gefangene unserer eigenen Dynamiken. Und das erleben wir in vieler Hinsicht gerade. Also diese Gedanken, die ich hier vorstelle, sind heute nicht mehr weit weg, nicht sehr fern. Sie haben eine gewisse Allgemeinheitstauglichkeit mittlerweile, weil die Dynamiken so offensichtlich sind. Wir sehen ja die ganze Zeit, wie wir uns selber schädigen und wie wir es nicht stoppen können, trotz unseres eifrigen Bemühens. Und in diesem Zustand zu setzen auf, strengt euch mal mehr an und seid mal ethischer und seid mal moralischer und so, ist einfach völlig daneben, weil das nicht die Art und Weise ist, wie wir das eingefangen kriegen. Wir kriegen es eingefangen durch Verfassungsreform, durch handfeste institutionelle Veränderungen, die tatsächlich uns alle in die Pflicht nehmen, als Bürgerinnen, durch Demokratisierung eben, durch konsequente Umsetzung tatsächlicher politischer Gleichrangigkeit, während wir im Privaten weiterhin ungleichrangige, ungleichrangige, ungleiche, ungleichmächtige, über ungleich Ressourcen verfügende Menschen bleiben. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen uns als Privatpersonen und uns als Politpersonen. Als Privatpersonen werden wir immer ungleichrangig bleiben. Als Politpersonen, als Bürgerinnen können wir Gleichrangige werden, aber derzeit sind wir es noch nicht. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns das eingestehen, dass wir derzeit eben noch nicht Bürgerinnen sind, dass wir noch nicht Freie und Gleiche sind, dass wir das eben institutionell, verfassungsmäßig derzeit einfach noch nicht realisieren. So viel Nüchternkeit könnten wir uns selber zutrauen, dass wir uns das eingestehen. Ja, mit eben Verweis auf wissenschaftliche Studien, die das faktisch feststellen. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie, dass die Isonomie, gelost werden muss.